Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zu eurem 13. Adventskalendertürchen. Heute habe ich ein Angebot draußen für euch und zwar könnt ihr diese Liste unten im Link finden und eure Aufgabe ist es eine Weihnachtssammeltour draußen zu machen. Ihr habt drei verschiedene weihnachtliche Farben, Rot, Gelb und Grün und müsst so viele Gegenstände der Natur draußen finden, die die Farben hat. Das könnt ihr zum Beispiel mit euren Freunden oder mit euren Eltern machen und dann gucken wer wie viele gefunden hat und wer mehr hat, hat gewonnen. Ganz viel Spaß euch!